Gute Quali 50 wie line also im zweiten muss schon drei viertel gas also vorne weniger die ist ja so lange übersetzt so übel schnell selbst im ersten gang wenn du mal streets fahren willst dann hätte theoretisch noch den zweiten wenn der erste kürzer ist aber die muss auf jeden fall kürzer auch wenn du mal in circle fahren willst ja sonst musst du mit kupplung nachher und so naja schwierig schwierig sehr material verschleiß weil das schon echt schnell er ist die beruhigt hast ja 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 Die Luftdruck hast du denn drauf? Ja, mal Ahnung, Fall. Ja, mach doch mal weniger. Der Reifen liegt gar nicht richtig breit auf. Da ist immer noch voll das Ei. Ja, ist auch ein bisschen sehr wackelig alles. Und laut. Ja, gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020